Weiter geht's mit Black Mesa und wir sind mal wieder in einer Selbstmord-Situation. Unfair ist unfair. Was soll ich gegen einen Heli machen? Kann ich mal den anderen Typ wegsnipen? Ah, da war noch Muni. Cool. Ah. Oder kann das Ding einen Heli da unten? Momentchen mal, kannst du einen Heli abschießen? Ich bin mir jetzt sicher, ob ich dir Schaden gemacht habe oder ob du einfach nur... ...weitermachst, als ob nichts gewesen wäre. Okay, ich kann nicht durch den Zaun schießen. Dammit. Wo bist du Heli? Show yourself! Okay, ich kann ihn offensichtlich doch abschießen. Sieht zumindest so aus. Jetzt machst du einen Abgang. Okay. I don't mind. Solange er nicht zurückkommt, ist mir alles recht. Solange er nicht zurückkommt. Aber ich hatte ziemlich recht mit dieser Test-Node-Aktion. Und die Typen da auch, meine Kollegen. Wie öffne ich jetzt diesen Sesam? Könnt ihr mal da drin versuchen? Okay. Jetzt habe ich sowieso keinen Anblick. Okay. Auch. Natürlich sind da solche Viecher, die was von mir wollen. Natürlich. Warum auch nicht? Ich bin ja Gordon Freeman, ich schmecke ja köstlich. Raincap heißt das, ich lasse jetzt hier das Wasser ab. Jo, ich glaube schon. Oh ne, ich muss da drüben auch noch hoch. Und das heißt... Ich muss da runter. Bitte sag mir, du funktionierst auch unter Wasserwaffe. Weil... Weil... Ich glaube, ich könnte hier einiges an Problem haben. Also zumindest mal ein Problem. Und dieses da nämlich. Was? Nukleares Fisch-Ion. Nein. Was? Das gibt sogar ein Achievement. Okay. Das gab sogar ein Achievement. Interessant. Interessant. Das gab ein Achievement. Okay. Ich muss hier doch nicht hoch. Sondern, wie ich mir gerade eben schon fast gedacht habe. Ich darf hier runter. Ich muss hier runter. Geronimo! Allonsi! Weiß einer, wo oben und unten ist? Denn ich weiß es nicht. Okay. Okay. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich muss es sehen. Hier kommt mir das bekannt vor aus Half-Life 2. Okay. Da war ja auch so... ein Staudamm. Da war ja auch so ein Staudamm. Naja, das kann nicht dasselbe sein. Oder? 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 Ja, das ist das! Noch Head-Crabs. Macht einen Abgang. Hm. It's dangerous! und hat mich noch nie davon abgehalten hier rein zu irgendwo rein zu gehen na komm schon doch kommt schon irgendwo muss noch rein wollen hier zum beispiel wir haben ein bisschen mehr feuerkraft als zu wenig ernsthaft mal wie groß ist dieser fucking komplex von black mesa ganz ernsthaft wie groß ist das hier alter ich habe ich nicht gesehen ganz ernsthaft ich habe ich nicht gesehen hat mich gerade erschreckt hat man vielleicht sogar gemerkt immer noch da dass der immer noch da ist noch unbedingt ein raketenwerfer und bedenkt irgendwas ist irgendwas Was? Hä? Bin ich nicht richtig, oder? Hä? Also irgendwas... Übersehe ich gerade wieder, weil... Hier würde man mich irgendwie nicht durchlassen. Hä? Hä? Also sie helfen einem manchmal wirklich nicht zu verstehen, wo man langen soll. Es sei denn... Okay, ich sehe es. Oder ich hoffe zumindest, dass ich es sehe. Ich glaube, zu hoffen, zu wissen, wo die wollen, dass ich lang gehe. Hier nämlich. Einmal hier oben lang. Und dann dort weiter hoch. Ich glaube, zu wissen, dass ich richtig bin. Alter. Geht weg. Geht mir auf den Keks. Die machen nicht wirklich Schaden, aber es ist zu nervig. Die schubsen dich weg. Das ist das Stimme an denen. Ich hätte kaum gewusst, ich habe noch eins gehört. Hm, hat er nicht viel gebasst hier oben zu sein. Warte mal, sind es Turrets, oder was höre ich da? Ganz ernsthaft, was höre ich da? Mal gucken, was hier ist. Alter, es gibt zig Millionen Wege, wo es weitergehen könnte. Oh, Sniping Money, Sniping Money, oh wie geil, Sniping Money. Erstmal Sniper durchladen. Oh, wie gut ist das denn? Oh, wie... Oh. Oh, ich darf es doch nicht hoch. Gemeinheit. Mal gucken. Manual Override. So, hier kommen wir jetzt nämlich. Hier hin. Alter, wo ist der richtige Weg? Ich will erst den falschen Weg gehen. Alter! Oh. 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 So viel dazu. Das ist der richtige Weg. Das heißt, ich habe einem anderen was verpasst. Dammit! Ich hasse es, Zeug zu verpassen. Now you haven't got me. Junge, man schmeißt dich mit Ganaten. Das weiß doch jeder. Das ist unhöflich. Sonst kommen sie nämlich zurückgeflogen im bestimmsten Fall. So ist sie richtig der, Bekur zu verh legitimiert. Setz dich auf, das passt auch dialogbar. Bei soviel menschlichen Gegnern Wir haben eigentlich nur Devo, na nicht so viel Habe ich dich mal erwischt? Na ja, sieht so aus Schön Nachladen Weil die habe ich gerne voll, die Sniper Ganz ernsthaft, die Sniper habe ich gerne voll Ok Ah I see Ich sehe schon, warum er mir mehr So viele Granaten hier hinwerft I see Ok, da waren ein paar Spätsünder dabei Hm, fuck mich Hm Dasselbe, dürf ich doch auch Jo Kann dir auch so einen schärfen In Dämonie habe ich jede Menge Alter Wollen wir aber auch auf den Keks gehen So, gleiches Aufräumen Na di da di da Räumen wir ein bisschen auf So Aufräumen arbeiten Wo Landschaftsgärtnern bleibt, nur ein bisschen anders Ein bisschen anders Na hätte was denn drin sein können Na hätte was denn drin sein können Ist auch ne gute Lightshow gleichzeitig auch Und ein gutes Training um zu gucken Ob man die Dinger alle sieht Und ein gutes Training um zu gucken Weil mein Fadenkreuz sehe ich nicht mal gescheit hier Ist hier was? Irgendwas? Maybe? Ne? Nein Alter, wie viele von euch Shed Craps gibt es denn hier? Offensichtlich zu viele Irgendwie scheint der auch aus dem Nichts zu spawnen Irgendwie scheint der auch aus dem Nichts zu spawnen Ganz ernsthaft, der kommt aus dem Nichts! Aus dem Nichts, ihr grabt euch einfach aus! Tschisch Naja, weiter geht in dieser Wüstenlandschaft mit noch mehr bombastischer Stimmung beim nächsten Mal Bis dahin Siehe Leute